Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, um euch die tollen Cosplayer anzusehen, die wir auf den Sci-Fi-Tagen in Speyer getroffen haben. Nicht vergessen, wenn es euch gefällt, lasst den Cosplayer in einen Daumen nach oben da. Die Sci-Fi-Tage werden vom Technik-Museum in Speyer veranstaltet. Danke, dass wir hier drehen durften. Bevor es losgeht, noch etwas Werbung in eigener Sache. Es würde uns freuen, euch auf einer der folgenden Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Comic-Con in Stuttgart, hier sind Karten verfügbar. Die Fat-Con in Bonn, auch hier sind Karten verfügbar. Die Magic-Con, ebenfalls in Bonn, auch hier sind Karten verfügbar. Zu guter Letzt, hier noch etwas Werbung aus dem Space-Store. Dieser hat wundervoll hergestellte Figuren aus euren Lieblingsfilmen und vieles, vieles mehr. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Interview und beim Zeigen der Cosplays. Hi, welchen Charakter cosplayst du heute? Ich bin Königin Amidala aus dem ersten Teil. Ich habe die Friedenskugeln für die Gangalt dabei. Sehr gut. Ich sehe, die leuchtet auch. Die leuchtet auch, ja. Leider jetzt im Sonnenlicht nicht. Ne, leider nicht. Wie hast du dein Cosplay gemacht? Also, das komplette Cosplay, das Hauptkleid ist ein Teil von meinem Brautkleid. Oh, okay. Hing 13 Jahre im Schrank, ich wusste gar nicht mehr, wie es aussieht. Der Rest besteht aus 30, insgesamt aus 60 Meter Seide, von Hand gefärbt. Ja. Krass, aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und schön, dass das Brautkleid dann nochmal einen Zweck gefunden hat. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, bitteschön. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Vielen Dank auch an unsere Moderatorin Aleja Rose. Diese findet ihr bei Facebook. Oben links könnt ihr den Kanal abonnieren, was uns sehr freuen würde. Oben rechts kommt ihr zur Playlist von dieser Veranstaltung und könnt euch dort weitere tolle Videos ansehen. Unten in der Mitte gelangt ihr zum Space Store. Hier bekommt ihr alles, was das Fernherz höher schlagen lässt.